Jetzt hat er bald ausgedient, der Kalender des letzten Jahres, mit den schönen Bildern hier aus unserem Vaterband. Der letzte Tag ist angebrochen, in ein paar Stunden schon ist das Jahr 2020 Geschichte. Gott sei Dank, denke ich mir auf der einen Seite, es kann doch eigentlich vieles nur besser werden. Und trotzdem ist heute vielleicht nicht unbedingt ein lauter Silvestertag in großer Party und riesigen Feiern. Nicht einmal große Raketen werden steigen, die Paula, der Hund, ist ganz froh darüber. Für mich ist es heuer irgendwie auch ein stiller Tag. Ein Tag des Nachdenkens, wo man noch einmal schaut, was war denn so alles los. Im Januar noch die Fotos mit den Sternsingern. Da wusste noch keiner, was das Jahr so bringen war. Corona war noch halt eher, naja, Bier, das man halt trinken kann, wenn man es bekommt, aber sonst nichts. Keiner wusste, was ein Inzidenzwert ist. Keiner wusste, was ein Reproduktionsfaktor bedeutet. Und das jetzt so bedenkliche Wort von der Triage war uns unbekannt. So ging das Jahr los. Im Februar dann, ja, die ersten Infektionen. Auch bei uns hier in der Gegend waren bald Mitarbeiter betroffen, eines großen Werks in München. Im März ging dann alles rasant schnell. So wie draußen die Natur erwacht auf den Wildern hier, so gingen wir zielsicher in den ersten Lockdown. Nach dem dritten Fastensonntag waren auch die Gottesdienste verboten. Ostern haben wir gefeiert, hier die schönen Bilder, vom Jahr zuvor noch, in aller Heimlichkeit, ohne öffentliche Gottesdienste. Bei uns nur über die Kamera verbunden. Da waren 1500 Geräte allein bei der Osternachtsfeier zugeschaltet, noch mit einer ganz wackeligen kleinen Webcam. Im Mai, erste Lockerungen, Hoffnung wurde im Frühjahr spürbar. Im Mitgang am 1. Mai, dann sind wir nach der Diakon, der Günther und ich, zu zweit alleine über die Felder beten gegangen. Dann gingen wieder Gottesdienste mit Maske und Abstand und Vorsichtsmaßnahmen. Vieles hat sich dann bis Pfingsten im Juni in den Sommer hinein normalisiert. Plötzlich ging das Reisen wieder los, man wollte wegfahren, Touristen sind in alle Welt geströmt, Infektionszahlen stiegen weiter, die Bundesregierung musste sie zurückholen. Vieles war, es war auch die Zeit, wo wir in diesen Monaten hier bei uns Todesfälle hatten. Menschen, die an und mit dem Coronavirus verstorben sind. Viele Erfahrungen von Einsamkeit, von Trauer, von nicht helfen können im Lockdown noch, von Unsicherheit und Angst auch in den späteren Monaten. Im September sollte alles wieder losgehen mit der Schule und mit allem. Im Oktober war es wieder bedenklich. Im November wurde der nächste Lockdown beschlossen. Der Lockdown-Leiter hat nichts gebracht und wurde wieder zugesperrt. Gleichzeitig jetzt, am Ende des Jahres, vor wenigen Tagen, am Johannesfest am 27. Dezember, die ersten Impfungen, wieder ein Hoffnungszeichen, wohl wissend, dass es lange dauern wird. Es wird mir nicht schwer fallen, den Kalender dieses Jahres abzuhängen. Vergessen aber kann ich nicht, was dieses Jahr mit sich gebracht hat, was es aus mir und vielen anderen gemacht hat. Der Neujahrstag selber ist dann der Gottesmutter Maria geweiht, so wie wir sie hier sehen, auf dieser wunderschönen alten Ikone. Maria steht am Beginn des neuen Jahres. Maria, die die Zumutung angenommen hat, die der Engel ihr gemacht hat mit diesem Kind, ein lediges Kind in der damaligen Zeit. Undenkbar, Lebensträume zerplatzten schier. Maria hat aber auf den vertraut, den der Herr ihr geschickt hat, weil er gesagt hat, der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Ich glaube, der Engel, der damals zu Maria gesprochen hatte, spricht heute zu uns in einer unsicheren Situation. Er sagt auch zu dir und zu mir am Beginn dieses neuen Jahres, fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Der achte Tag nach Weihnachten, der Neujahrstag ist auch der Tag, wo das Kind seinen Namen bekommen hat, den Namen, den der Engel damals genannt hatte. Und dieser Name steht über dem ganzen neuen Jahr. Jesus, Gott rettet. Ich wünsche euch allen heute schon ein gesundes, ein frohes, ein gesegnetes, ein glückseliges neues Jahr 2021.